Die Stadt Biedenkopf präsentiert ihr neues Musical, der Stadtbrand, hier unten auf dem Festplatz der Bleiche, in einem Palastzelt. Die Veranstaltungen finden vom 3. bis zum 5. September und am 11. und 12. September statt. Das ist das neue Musical von Paul Graham Brown, der das extra für die Stadt geschrieben hat. Sie sind in einem gigantischen, schönen Zelt mit einer riesen Technik, die wir aufgebaut haben. Wir denken, dass die Leute ein einmaliges Erlebnis hier haben werden in Biedenkopf auf der Bleiche. Vielen Dank.